Auch wenn man schon eine ganz profane Übung macht, sagen wir jetzt eine Tonstufe von Farben, von der reinen Farbe bis zur aufgehellten gleichen Abschnitten, da muss ich dabei sein, dabei sein und gucken, wie korrespondiert dieser Farbton mit mir. Und der Nächste etwas aufgehellt, wie der sich charakterlich verändert, wie er einen anderen Ausdruck bekommt und sofort und sofort. Das ist die Grundlage für mich in der Malerei, wenn ich das Valor da und dort anbringe, indem ich da nicht einmal wie ein Holzhacker da wumms und da so und da so und da so. Ja, ist nicht schön. Genau wie in der Musik auch, nicht? Ich muss ja immer die Musik in der Bindung bringen. Nicht nur ich, das haben ja viele Künstler gemacht, vor allem Paul Klee. Ja, er sagte, ein Künstler, der muss über seinen Tellerrand blicken, auch in die anderen Künste hinein. Denn auch das Theoretische, wenn man die Musiktheorie studiert, wird man merken, man kann das jetzt, wenn man das Wort Musik weglässt, kann man das ganz, peu a peu, eins für das andere, auf die Malerei, auf die bildende Kunst übertragen. Klang, Drei-Klang, Vier-Klang, Mist-Klang, Harmonie, Disharmonie. Das sind ja Dinge, die brauchen wir, um etwas auszudrücken. Wir drücken ja in der Malerei auch etwas auf. Hass, Freude, Liebe. Geh mal aus. Brauche ich also Grundlagen, muss ich vorher schon trainiert haben. Das sind Aufgaben. Und die Schüler stöhnen und sagen, was, das sollen wir machen, warum? Wir wollen malen lernen. Wenn ich malen lernen will, muss ich da reingucken, in die Malerei, wie sie sich aufbaut, was ich da brauche. Aber wir können nicht genug üben. Das wird immer vernachlässigt. In der Musik geht das nicht ohne Üben. Bei mir früher, beim Klavierlehrer, stand drauf, 30 Mal täglich. Ja, 30 Mal täglich. Das ist nicht zu viel gesagt. Nicht zu viel 30 Mal täglich. Wenn ich das nicht mache und Klavier lernen will, kann ich das Stück nicht lernen in 8 Tagen. Geht nicht. Nur eine Seite, nicht etwa eine Sonate oder was. Eine Seite. 30 Mal täglich. Ja. 8 Tage. 30 Mal täglich. Wenn man da dabei war, dann kann man es. Und in der Malerei kommen wir auch noch weiter, wenn wir ähnliche Stränge anlegen und ähnliche Disziplinen uns auferlegen. Wenn wir das nicht machen, brauchen wir eventuell 20 oder 30 Jahre. Und durch die lange Zeit zieht sich das wie Gummi auseinander und wir kommen dann nie zu einem Ziehen. Wir müssen also da auch sehen, dass man, dass man denn nichts ist schlimmer in der Kunst als Pausen. Und dann wird es um christliche Training sehen. Und jetzt wird es um Verpackung. Und dann ist es um Verpackung. Und dann wird es um Verpackung.